Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dauntless. Ja, es gibt wieder ein, zwei Neuerungen oder Änderungen oder Ankündigungen, die ich euch einfach mal so präsentieren möchte. Jo, fangen wir einfach mal vorne an. Und zwar gibt es im Shop jetzt eine neue Ankunfts-Emote, die ist auch nur Wirtschaftsmodell heißt, die ist eigentlich ganz witzig gemacht, sage ich mal, ist auch nur zwei Tage jetzt verfügbar. Und wenn ihr, ich finde sie ganz witzig, kann man machen, muss man nicht. Wenn man sich dafür entscheidet, sich zu holen und die 10 Euro da ungefähr zu bezahlen dafür, denkt bitte daran, hier unterstütze einen Creator, da könnt ihr Montix eingeben, das Ganze dann bestätigen und wenn ihr dann wieder hier drauf klickt, dann seht ihr hier, du unterstützt derzeit Montix. Jo, würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr das machen würdet, auch gerade jetzt für die Zukunft, denn der Jagdpass hier geht nur noch zwölf Tage jetzt und dann sehen wir den nächsten Jagdpass. und ja, auch, sage ich mal, eventuell die neue Eskalation mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit. Ja, und darum soll es auch heute gehen, beziehungsweise soll es auch gehen um die Roadmap. Es gibt wieder zwei kleine, diesmal wirklich zwei kleine Änderungen, und zwar einmal Optimierung der FPS auf der Switch. Ich mache es kurz, sie wollen das Spiel auf der Switch, sage ich mal, stabil halten oder stabiler machen und so weiter. Das ist ihnen bis jetzt nicht so ganz gelungen und da versprechen sie Besserung, dass die FPS da besser werden und dass generell die Switch-Umsetzung besser wird. Ja, und habe ich es überhaupt schon gesagt, noch was ganz anderes, und zwar heute Abend, Samstag, 7.03.2020, um 20 Uhr, werde ich wieder ein bisschen streamen. Es wird auch darum gehen, sage ich mal, um die Vor-, oder ja, zur Vorbereitung der neuen Eskalation, ein bisschen Hero, Hero Plus Farmen, um Steinchen zusammenzubekommen und so weiter und so fort. Also, dass man da ein bisschen vorankommt und da ein paar Steinchen schon haben, also diese schimmernden Argsteine und wie sie alle heißen, dass wir die schon haben, um halt die neuen Waffen zu bauen oder die neue Version, die neue Brandwaffe. Vielleicht kommt ja auch die legendäre Waffe, man weiß da noch nicht so viel. Es wurde zwar zu diesem Thema jetzt nicht viel geteasert, also die neue Waffe, habe ich neue oder legendäre Waffe gesagt? Also, es wird eine neue legendäre Waffe geben. Das ist die Feuerwaffe natürlich, die mit dieser Brandeskalation jetzt ins Rennen geschickt wird. Vorher gab es ja diese Malkarion-Geschichten hier. Das war ja diese Strom- und Blitzwaffe, sage ich mal, die legendäre. Und jetzt wird es eine legendäre Feuerwaffe geben, also von jeder Waffe die Version. Also braucht man da gut und gern mal 800.000 oder besser noch 2.000 Argsteine. Und die kann man sich natürlich da ein bisschen zusammenfarmen und das werde ich jetzt machen. Sollte der Entwickler irgendwie noch auf die Idee kommen, okay, wir hauen jetzt die Eskalation raus und wir hauen noch eine neue Waffe raus, die Waffe Nummer 8, sei es der Bogen, sei es sonst was, dann brauche ich natürlich noch mehr Steine und da wäre ich gern ein bisschen vorbereitet. Wäre cool, wenn ihr da dabei wärt und das könnt ihr, wie ich schon sagte, heute Abend ab 20 Uhr, könnt ihr da dabei sein und könnt da mitmachen, wenn ihr da Bock drauf habt. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, da von euch zu hören und zu lesen im Stream. Das Ganze natürlich auf Twitch, Link ist in der Kanalbeschreibung oder Videobeschreibung. Ja und dann gibt es noch ein Frühlingszeit-Event. Der Winter neigt sich zu Ende und wir wollen die Ankunft des Frühlings mit etwas Neuem feiern. Etwas Frischem. Wir erschaffen eine zeitlich begrenzte alternative Jagd, die dich von Behemoths ablenken wird. Wir hoffen, es gefällt dir, Eier zu sammeln und Kleintiere zu hüten. Das Frühlingszeit-Event bietet neue Belohnungen einlösbar über eine zeitlich begrenzte Währung zum Event. Ganz oben auf der Liste der Belohnungen etwas Weiches, etwas Flauschiges. Und da sieht man dann so ein Bild, ich versuche es gleich ins Video reinzuschneiden, sieht man so ein Bild mit Eiern und irgendwelchen kleinen Viechern und kann man dann da irgendwas sammeln, machen, keine Ahnung, könnt ihr gerne mal spekulieren. Denn das war es schon, mehr gibt es zur Roadmap nicht. Ja, und finde ich auch gut so, dass es so ist, dass die Roadmap jetzt da vollknallen mit allem möglichen Kram. Sie haben jetzt die Zellen 2.0 angekündigt, sie haben eine neue Waffe, also die neue Waffe Nummer 8, nenne ich sie mal, angekündigt. Es sind die neuen legendären Waffen angekündigt über die neue Eskalation, die natürlich jetzt auch ins Spiel kommt. Da wurde ich auch gefragt, wann kommt es denn endlich oder wann kommt denn die neue Eskalation? Auf Twitter haben sie ein Bild gepostet, März 2020 und ich gehe ganz stark davon aus, dass wir die jetzt zum Ende des Jagdpasses hier sehen. Also in 12 Tagen gehe ich mal davon aus, womöglich sogar etwas früher, aber ich denke mal, in 12 Tagen werden wir die neue Eskalation sehen. Ich weiß es natürlich auch nicht, aber März passt halt definitiv in 12 Tagen, wäre der 19. März ungefähr. Und dann sehen wir die neue Eskalation. Warum sollten sie das früher oder später machen? Sie werden es zum neuen Jagdpass machen. Welcher der neue Jagdpass ist? Wahrscheinlich das mit diesen verbogenen, verlogenen Schatten, verdingendsten Schatten. Ihr wisst Bescheid. Diese Schatteneskalation, Quatsch, Schattenjagdpass habe ich ja schon mal gesagt. Und jetzt werde ich euch noch ins Video ein paar Bilder schneiden, ein paar Eindrücke zu der neuen Eskalation. Zum einen haben wir da hier so ein Quillshot, so ein Feuer. Also alle, oder nicht alle Monster, manche Monster, vielleicht auch alle, ich weiß es nicht, werden so eine Modifikation bekommen. Also werden so ein bisschen mehr auf Feuer abgehen und, ja, sag ich mal, haben das Feuer zu ihrem Element gemacht. Ich weiß nicht, ob es nur die neutralen Viecher jetzt betrifft, wie Knärscher, Quillshot, Shrike und so weiter. Oder ob es auch andere wie Panga zum Beispiel betrifft, dass der plötzlich ein Feuervieh ist, was ja eigentlich Helion wäre. Also ich weiß es nicht ganz genau. Müssen wir auf jeden Fall mal im Auge behalten oder wird bestimmt eine witzige Sache. Auf jeden Fall bekommen manche BMOVs da so eine Modifikation. Dann wird es geben neue, ja, wie soll ich das sagen, neue Viecher, die dich stören beim Kampf. Es waren ja die ganze Zeit diese komischen Hunde da, die da rumnerven und dich da beißen können und zu Boden ringen können und so ein Kram. Und jetzt kommen da halt so kleine Wildschweinchen, so kleine Quillshots, sag ich mal, die dich da vielleicht umrammen können oder sowas. Könnte ich mir vorstellen, dass sie so ankündigen, so einen Lauf ankündigen, man muss dann ausweichen oder sowas. Ist natürlich reine Spekulation. Ihr seht das Bild, könnt ihr euch mal geben. Und dann haben wir so einen Fußabdruck gesehen, den haben sie auch für Instagram und so weiter gepostet. Und ja, das Ganze sieht halt sehr dschungelmäßig auch aus. Also das haben sie auch, das wird vielleicht jetzt in den Bildern hier nicht klar, die ich jetzt hier zeige. Aber sie haben definitiv gesagt, es ist eigentlich eine Feuereskalation. Und im Herzen geht es dann irgendwie um den Dschungel und man hat auch so einen Affengebrüll. Und man sieht jetzt auch so einen Handabdruck, sag ich mal hier, oder einen Affenabdruck. Bilde ich mir mal so ein, einen Feueraffen wird es wohl geben. So irgendwas in der Art wird das wohl sein. Ich sagte ja schon, die ganze Zeit, es wird wahrscheinlich ein Feuer-Dämon sein. Ein Dämon wird es wahrscheinlich jetzt nicht sein, wenn ich den Dschungel-Aspekt noch dazu nehme. Dann wird es wahrscheinlich wirklich so ein Feuer-Affe, könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, was ihr denkt, was das neue BMOV wird. Und was natürlich auch geil ist, das dürfen wir nicht vergessen, neues BMOV, heißt natürlich auch wieder neue Rüstung, heißt neues Equip, heißt neues Transmog, heißt neue Skillungen eventuell. Also da wird es auch wieder richtig interessant. Die Malkarion-Handschuhe jetzt zum Beispiel sind ja auch absolut meta geworden. Ich weiß nicht, ob ich sie jetzt hier trage, aber normalerweise trage ich sie sehr, sehr oft. Hier natürlich jetzt nicht. Hier die Handschuhe sind natürlich mega stark mit Raubtier drauf und dann Technikzelle. Und wenn es da wieder so irgendwas gibt, jetzt einen neuen Helm oder neue Füße oder irgendwas, was dann nochmal mega geil ist, verändern sich natürlich viele, viele Builds. Ja, und was sehen wir hier noch? Genau, es gibt natürlich neue Modifikationen auch. Ich gehe mal stark davon aus, dass das eine neue Modifikation ist. Und zwar geht es hier darum, dass das Luftschiff irgendwie Kanonenkugeln auf die Monster ballern kann. Ich könnte mir vorstellen, dass das sowas ist wie ansteckender Aufschlag oder so irgendwas. Also eine Modifikation, die man sich dann auswählt. Man geht zum nächsten Monster, also zur nächsten Insel mit dem nächsten Monster drauf und dann kommen einfach nach einer Minute oder was Kanonenkugeln runtergeflogen. Das Ganze hat auch noch einen Malus. Irgendwie wird man langsamer und sowas haben sie schon geteasert. Sie werden wahrscheinlich in den nächsten Tagen noch mehr teasern. Ich werde jetzt nicht mehr auf alles eingehen. Ihr könnt es gerne hier in den Kommentaren schreiben. Ihr könnt sagen, ey, da ist noch das und das dazu gekommen. Oder ich spekuliere, dass man hier das Luftschiff selbst steuern kann. Oder ich spekuliere, keine Ahnung, dass man sich ein eigenes Luftschiff bauen kann. Könnt ihr alles gerne machen. Ich weiß es nicht. Ich tippe eher, dass es ein Modifikator ist. Und man geht in den nächsten Kampf und dann kommen die Kanonenkugeln angeflogen. Und dafür hat man dann auch einen gewissen Malus. Weil eigentlich, wenn man ehrlich ist, gehen hier die ganzen Bilder eigentlich um Modifikationen, Veränderungen. Nie um wirklich was Neues. Selbst die neuen Schweinchen da sind ja im Prinzip nur eine Modifikation des Bosses. Auch wenn es neue Schweinchen sind. Ich denke, ihr wisst Bescheid. Ich denke, ich habe alles gesagt. Hoffe ich mal. Ich denke und hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Also wir sehen halt die Switch-Verbesserung. Wir sehen dieses neue Event, das dann demnächst kommt. Dazu Ostern schätze ich mal. Wir sehen die neue Eskalation, die dann jetzt ins Rennen geschickt wird. Genaues Datum ist eben nicht bekannt. Außer, dass sie offiziell im März halt eben geschrieben haben auf Twitter und Instagram. Und ja auch gesagt haben, im Frühjahr wird sie kommen. Ich meine, so lange ist jetzt Frühjahr auch nicht mehr. Also werden wir schon jetzt in zwölf Tagen spätestens sehen. Gehe ich schon stark davon aus. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Freue mich drauf, wenn ihr meinen Creator-Code nutzt. Wenn ihr meinen Creator-Code nutzt. Auch für die Zukunft. Für die Dinge, die da anstehen. Wenn ihr neues Platinum kauft. Platinum kauft, um den neuen Jagdpass zum Beispiel an den Start zu bringen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr da Montix nutzt. Und auch auf den Livestream heute Abend, Samstag, 7.03.20 Uhr auf Twitch. Schaut gerne rein. Link ist in der Videobeschreibung. Vielen, vielen Dank fürs Reinschalten. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.